Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute haben wir Weissen Heim gespielt. Und dann sind wir zum Morgen essen. Hallo, am Morgen ging ich Uni-Hockey spielen. Am Nachmittag hatten wir zwei Weitsprungen. Zum Mittag gab es ein Hornfilet. Wir mussten Handys abgehen, das haben wir in der Woche nicht mehr. Gruppe 1 durfte eine Reise machen und dann sind wir schwingen gegangen. Zur Nacht gab es Elplermagronen. Dann war das Freizeitprogramm. Jetzt machen wir noch ein Abendprogramm. Wir spielen jetzt Spiele und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.